Hallo, mein Name ist Dustin. Ich habe euch im Wintertour am Bahnhof abgeholt und dann sind wir zusammen hier auf eine Hütte im Toguburg am Kreiser Ruk und verbringen hier jetzt eine Nacht zusammen. Mega cool, dass ich euch nochmal getroffen habe bzw. dich neu getroffen habe. Ich wünsche euch alles Gute auf eurer Reise. Ellen, magandak, hapero, putang, inamoy.